Der Mann des Tages dreckt blau, heißt Tim Gröhn und ist irgendwo hier unter seinen Mitspielern begraben. Im Test gegen den Sportclub macht der Kicker des SC March das Tor seines Lebens und ein richtig sehenswertes dazu. Tim Gröhn verkürzt kurz vor der Pause für den Kreisligisten auf 1 zu 2. 41. Spielminute! Tor für den S! Tor für den MIND!